hallo leute ich hoffe euch geht es gut ich wollte noch mal erwähnen diejenige die diesen lippenstift haben möchten jetzt noch zuschlagen weil da ist also da gilt auf jeden fall so lange der vorrat reicht und der ist super schön ich habe jetzt den anderen farbton drauf aber den habe ich euch auch schon gezeigt ich weiß nicht wie es euch geht wir haben heute samstag das ist für mich keine arbeit das ist für mich eine meditation gerade habe ich auch ein kleines video gedreht ohne zu sprechen einfach nur eine all day meditation mit den produkten die ich angewendet habe und insbesondere natürlich körperspray und duft die körperspray liebe ich ich mische die immer mit dürften mit den dürften das ist dann bei mir auch immer so nach laune abhängig je nachdem wie ich mich inspirieren lassen will heute habe ich zum beispiel den duft journey genommen weil ich irgendwie wieder so eine lust habe einfach aus dem alltag auszubrechen und das lässt einen so ja einfach die sinne inspirieren und dass man gedanklich einfach zum beispiel irgendwo am start ist oder so also das ist wirklich mega